Willst du das Auto klauen? Dann machst du dich echt schlecht dann. Du musst es zuerst lösen. Ich glaub das war nicht besser. Ja das war ein dreifacher Auerbach. Nicht nur ein dreifacher Auerbach. Oh lieber Uli. Was macht der denn hier? Ich fasse es nicht. Huuu. 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 Bruder wie hoch bist du geflogen? Die helfenen. Möchten sie geschehen haben? Was ist denn da drin? Ja, möchten Sie auch, oder möchten Sie nicht? Das ist ja eine Überraschung. Wir dürfen Sie aber erst am 24. Dezember aufmachen. Und was, wenn da Plastik-Sprengstoff drin ist? Da ist kein Plastik-Sprengstoff. Eine Atombombe? Eine klein gehackte Prostituierte. Also eine Atombombe, da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Also ich gebe Ihnen einfach mal ein Paket jetzt, ja? Okay, aber eine... Ich gebe Ihnen auch vor mir eine, okay? Frohe Weihnachten, ich wünsche Ihnen was. Frohe Weihnachten. Okay, Dankeschön. Dankeschön. What the fuck? Warum haben Sie ein schwarzes Ballett gelassen? Lass Sie mal schlachten. Nein, nein, nein. Doch, doch. Herr Hort, reden Sie mit uns. Fettsack. Warte, Scheiße. Ey, wir müssen das machen, Herr Hort. Bevor der wieder den Scheiß-Dingo auspackt. Ja, Herr Hort, das war's wohl, ne? Ey, den darf ich gar nicht essen. Mein Gott, verdammtes Anwesen. Und wenn ich sage, ihr habt von diesem Scheiß-Motorrad abzusteigen oder Quatt, dann steigt ihr auch gefälligst ab. Ihr wollt mich nicht von der anderen Seite erleben. Ich mach euch das Leben zur Hölle. Ich sorge dafür, dass ihr euch selber umbringen wollt und ich werde euch die Möglichkeit nehmen, euch selber umzubringen. Und wenn ich entscheide, dass ihr sterbt, dann erst in ein paar Jahren, nachdem ich euch zu meinen Sklaven gemacht habe. Ich ziehe euch aus, besteige euch von hinten, kette euch an und gehe mit euch spazieren, wie es man es mit kleinen Kötern tun mag. Haben Sie das verstanden? Ja. Nimm ihn mit und folter ihn eine halbe Stunde. Und wenn ich hier jemals wieder irgendwelche Quats auf unserem Anwesen sehe, bei Gott, dann raste ich aus. Wo sind hier bitte Kunden? ja der profi digga ja der profi chat seht ihr sagt junge was ich kann nicht fliegen ja da ja da ich auch mal hin oh 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 ne und da raucht die karre schon wieder Ich glaube es nicht. Hier ist schon wieder... Perfekt. Oh! Oh! Mahmoud, letztens, als hier Leute mit 300, 200 vorbeigefahren sind, hat er auch eingetötet. Letztens? Ja, ja. Ja, ich würde mich zur Klamotten laden wollen, oder? Das ist ja stimmt. Willst du hier nicht komplett neues? Hast du Bargeld? Äh, perpestig! Äh, ich hab Bargeld, ja. Warte, warte, warte. Ich... Wir machen Untergrund. Ui! Ich hab die Untergrund. Komm, komm, du da. Ich bin da unterwegt. Nein! Bitte? Ein wundervolles Leben. Mhm. Nein, mach das nicht. Das ist keine gute Idee. Lass es! Oh! Oh! Oh, nein! Wieso kann ich nicht ziehen? Wieso kann ich das Ding nicht ziehen? Ich hab... Ich hab einen Fallschirm. Schönen Abend, euch noch. Hier ist Olaf. Frau Wein, schau. Fährt ihr nicht zum Mojo zum Anwesen? Doch, doch. Ja. Ja, zum Anwesen. Ja, klar. Also ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, der Wagen lässt sich gut steuern, aber es ist halt immer noch eine SUV. Ja, ich fühl's auch nicht, ich sag ehrlich, ich verkaufe mein... ...gekauft, um zu verkaufen, beste Leben. Äh, funk, funk mal durch, dass... Wir sind noch am Weg zu, äh, 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 wir müssen da was klären, äh, Mojo und so. Digga, es kann nicht sein. Digga... ...schuere, es kann nicht sein. Ist kaputt? Ja. Digga, du bist wirklich... ...wenn du noch einmal irgendwas gegen mich sagst, dass du dich nicht schämst, wo ist diese ADAC? Ich küsse dein Ernst, wenn du mal kurz rüber gucken könntest, Dave. Äh, äh, yo! Unde sind die, die, die sindglass. Osloch! Unde sind die Flüge nicht mehr, meine Güte! Nein, 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 nein! Geh mir weiter! Ein bisschen mehr weh. Bro, die schießen. Tada. Ach du Scheiße. Das ist auch der Kuss. Ja, rufen Sie mal den ADACler. Sie sind ja noch ein bisschen da. Dann machen Sie das hier. Dann hier den Pablito. Und wir beide gehen hier in den Feierabend. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Danke, Ramirez. Sie sind der Beförderungsstück näher gerückt. Oh ja, da freue ich mich. Du, was machst du? Alter, Alter. Nein, nein, nein. Bist du irre? Wir sterben. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh mein Gott. Du bist ja völlig... Jetzt verstehe ich, warum der Dach steht. Bist du ja sicher, dass das gut geht? Ah. Oh, du bist völlig geisteskrank, Mann. Oh Gott, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen. Und ich habe schon wieder gepinkelt. Hä? Ist das Ding... Die Travani, Sweater an, Praterbeck ist black. Dicker, ist doch kein Geheimnis, dass sie wissen, ich bin next. Willst du chippen? Nein, ich pass. Denn ich zeige kein Respekt. Will ich mehr, dann mach ich schnell. Dicki.